Auf dem Torbit Campus in Aarhus ist die alljährliche Stadtamt wieder aufgebaut und bietet sehenswerte Attraktionen und interessante Verkaufsstände für die ganze Familie. Im Wirtshaus zum Goldenen Hirschen gibt es unter anderem auch diesen leckeren Kaiserschmarrer. Ich bin in der Nähe weg, wie du meinst. Ich bin in der Nähe weg, wie du meinst. Ich bin in der Nähe weg, wie du meinst. Siehst du die Roboter hier? Sollen wir von dir ein Foto machen? Sollen wir von dir ein Foto machen? Sollen wir von dir ein Foto machen?